So, jetzt kommen wir in den Tunnel, machen wir das Fenster ein bisschen auf. Aber wie der hinten raus schießt dann. Alter! Komm, hier ist er. Leck mich am Arsch! Alter! Leute, dieser Klang. Dieser Klang, das ist einfach eine reine Symphonie. Und da fehlen dir einfach die Worte. Dir stellt einfach die ganzen Haare auf. Das ist einfach nur brutal. So, komm, dann latschen wir nochmal durch. Vierter, dritter, zweiter und abwärts. Wie das schreit! 8.500 Uhr! Bis 8.500 Touren! Also, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Aber Leute, das ist sowas von Arschlaut hier drinnen mit dem Fenster offen. Und da vorne, jetzt machen wir nochmal hier einen Tunnel Run. Machen wir nochmal hier das Fenster runter. Und jetzt hat, wie das hinten raus schießt. Fünfter, vierter, vierter, vierter. Und abwärts! Und abwärts! Einfach nur der absolute Wahnsinn! So, gut, Leute, dann würde ich sagen, fahren wir zurück in die Garage. Und wir machen jetzt ein paar Flammen noch. Aber davor, komm, Fahrgänge nochmal runter. Wetter geht noch! Da ist kein Ende in sich! Okay, wir sehen uns gleich in der Garage wieder! Okay, wir sehen uns gleich in der Garage wieder! Einfach pure Aventador-Power! Volle Emotionen! Flammen her und hinten raus! Einfach nur brutal! Ich hoffe, dein Ohr hat aufgetaucht! Ich höre dich nicht mehr, keine Ahnung! Ja, alles klar, perfekt! Also Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Ich bin raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder!